Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble, ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und ich habe es leider schon fertig gemacht, ich habe vergessen aufzunehmen. Ja, deswegen mache ich jetzt die Dun Duns, habe es mir gerade schon heruntergeladen und habe meinen ITAL Account gesucht, aber ich habe ihn nicht gefunden, deswegen musste ich gerade noch mal das Tutorial durchspielen. Aber hier ist es, ich denke mal, ich muss die Monotie wegmachen, weil die ist Urheberrecht geschützt, deswegen ist alles leider ohne Musik jetzt. So, Tutorial durchgespielt und ja, was soll ich jetzt dazu sagen, wenn das Spiel startet, sieht man nun mal immer das Bild hier und da ist die Kampagne, die mehr habe ich auch noch gar nicht. Oder leuchtet doch was? So, okay. Okay. Hm. Hier starten. Spielernamen, umschreiben. 0. 2. St. 2. 2. 2. 3. 4. Das geht doch. Ich habe meine ganzen Diamanten verbraten. Was ist denn los? Und hier? Achso. Mal gemacht. Karte. Muss ich Karte bezahlen? Ich glaube gerade darf ich einmal Gratisdreh machen. Ach. Guck. Dann gehen wir mal in eine Kampagne rein. Machen. Kampf. Riff. Man fehlen die ich bislang habe. Ich finde den Kampfstil immer ganz witzig. Hier. So. Ich hätte erstmal einen normalen Angriff. Das ist eine Heilung. Nur Angriff. Das ist ein harter Schlag. Aber drüber so reicht doch. Ja. Kann schleichen werden wir jetzt machen. ein Sport. Das hat gehalten. Das bräuchte. Der Harte Schlag. Let's put it. 3 Sterne. Weiter geht es. Das kann ich noch weg machen. Das ist das ganze ein bisschen schneller. Da. Schleif. Und. Schleif. Und wieder 3 Punkte. Jetzt geht es auf Automatik wenn es geht. Und. 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 Ich denke, wir haben jetzt mal eigentlich genug Angriffe gesehen. Dann schauen wir, was man da noch machen kann. Das ist ein ziemlicher Anfang. Und... Ach, ich bin jetzt wieso beim nächsten Akt? Da leuchtet schon wieder etwas. Da leuchtet schon wieder. Da auch? Okay, zweimal. Schön. Einmal. Und... Morrow 2. Und den könnte ich drehen. Of course. Ja. Ich habe einen Moment. Da. Hm. Okay. Statt. Hier sind zwei Leute zu Hause. Dann probiere ich doch das erstmal aufzuwerten. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, schön. Oh, mein Tagessiege ist schon fertig. Ja, gut. Later, later. Eigentlich relativ fix das Tagesziel heute. Hier leuchtet die Liste noch. Ich glaube, es ist schon weg. Da vorne noch das Zeichen. Wie viel Christa habe ich denn noch schon fertig? Ei, ei, ei. Hat hört hier gar nicht mehr drauf. Okay. Was? Hippie. Weite Stern. und da leuchtet etwas und was gibt es hier in der Welt drei sind am beste Jahr ist noch Level 4 aufstehen und fertig zwei Sterne aber alles ich bin Level 7 das nennen das Ausrufzeichen was kann man denn noch hier machen ich denke ich kann irgendwas hier aufwerten oder auch nicht besser jetzt bin ich fertig ich möchte noch vielleicht eine Post ich denke es sammelt gut dann war es das für heute relativ kurz denke ich mal vielleicht 10 Minuten also ich müsste mein Ticket fertig 3 Stunden 3 Stunden 3 Stunden 3 Stunden ich gut dann 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 ich kann noch nicht mal kontrollieren ob ich gewinne vielleicht muss ja gleich Schluss Arbeit egal dann sage ich mal Dankeschön für so schon ich würde mich freuen wenn ihr aber am nächsten Mal dabei seid dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen schön bis jetzt tja 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 tja